So, willkommen zurück zu Room 404. Ich habe hier eine kleine Lampe, dass man mich hier ein bisschen sieht. So, A4, Family Farm. So, hier machen wir mal so. Na, sehr ruhig hier. Sehr schön. Das hört auf jeden Fall nicht gut an, aber wir gehen einfach mal weiter. Das ist schön, dass sie kein Bild mehr haben. Wir müssen irgendwas suchen. Guck mal, da hinten brennt noch nicht. Guck mal, da hinten brennt. Guck mal. Guck mal, da hinten brennt. 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 Guck mal. Guck mal, da hinten brennt. Das sieht schon cool aus. Füllt den Garagenschüssel, findet den Kabinenschlüssel. Finde den Tom's Schlüssel. Finde den Montaigne. Alter, das sind 4 Schlüssel. Garagenschlüssel, aber... Man kann nicht schreiten, schade. Man kann nicht schreiten. Man kann nicht schreiten. Auf jeden Fall sind wir hier richtig. Boah, noch weiter anheben. Ach du Scheiße. Okay, jetzt noch 2 Kabinen und Tom's. Ab 4 mit Kais für die Kais. Boah, man geht's wieder zurück. Okay. Der Feuer war wohl noch nicht, ne? Wollt schon sagen, ey. Ach, Brenner, Alter. Verschwinder, Alter. Noch mal Zwischlüsseln, ey. Da geht's immer einer oben, guck mal hier hinten. Hm. Nicht mischt. Noch mal gelang. Hm. Schösses Foto hier. Femilitum. Boah, ey. Schon verrottet, ey. Schösses Foto. Schösses Foto. Schösses Foto. Schösses Foto. Aber Schösses Foto. Schösses Foto. gar nix war auch schnell noch eine kardinschüssel ohne eine kardinschüssel keine einbeißen keine 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 die 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 Okay. Ich fahre gar nicht hin. Das war's. Setz. Findet die First-Nummer, findet die Second-Nummer, findet die Third-Nummer. Kopitations-Scheiße, ey. Oh, nee, nee. I don't know, I have seen the toes in there. Ach, yeah. Phew. 6 von 4, da komm, da schreiten wir die Suche. 6, 4, 1. 6, 4, 2. 6, 4, 3. 6, 4, 7. 6, 4, 8. 6, 4, 9. Oh, scheiße. 4, 4, 6, 1. 4, 6, 2. 4, 6, 3. 6, 7. 4, 5, 4, 5. 4, 5, 4, 5. 4, 6, 1. Und 4, 6, 0. 6, 4, 0. 6, 4, 0. Ach, ne Scheiße. Vielen Dank. Vielen Dank.